Polizei und Feuerwehr suchten in der Hochwaldgemeinde Kell am See einen 51-jährigen Vermissten. Aufgrund der persönlichen Situation schließt die Polizei nicht aus, dass sich der Mann in einer aussichtslosen Situation wähnt. Bereits in der Nacht suchte die Polizei mit Hunden und den Polizeihubschraubern nach dem Vermissten. Die Suche wurde am Dienstag von der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt. Der Mann war zuletzt am Montagnachmittag im Ort gesehen worden. Die Suche blieb bislang erfolglos.